Das ist wahrscheinlich das wichtigste Video auf meinem ganzen Kanal. Ich habe in einigen Streams schon darüber geredet und euch vorgewarnt, dass es den Kanal, so wie ihr ihn jetzt kennt, nicht mehr geben wird. Ihr müsst wissen, ich mache das Ganze schon über zwei Jahre und habe über 500.000 Abonnenten. Aber in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, dass sich irgendwas ändern muss. Also bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass es ab morgen keine Minecraft-Videos mehr geben wird. Ich werde auch die alten Videos runternehmen, damit ich komplett neu starten kann. Aber ihr könnt euch weiterhin gefasst machen auf Challenges, P.O.V. dieser eine Freund-Videos und Memes. Das alles mit dem komplett neuen Namen und in, jetzt haltet euch fest, VR-Roblox. Und jetzt bin ich nicht mehr too bad YouTube, sondern too bad Roblox. Viel Spaß.